Ja, hallo liebe Thalienfreunde. Trotz der extrem hohen Fallzahlen momentan in ganz Europa gibt es immer wieder auch positive Nachrichten. Eine davon ist, dass es wieder mal zu Lockerungen kommt. Das ist anhand der vielen Verschärfungen auch gar nicht so schwierig, dass man da wieder mal was lockert, da es wirklich gar nicht mehr vorstellbar ist, wo überall verschärft wurde. Aber es ist tatsächlich wieder so, es geht wieder in eine andere Richtung. Das stimmt mich durchaus positiv. Und zwar, was ändert sich? Ab 1. Februar 2022 braucht man für die Einreise nach Italien, brauchen Geimpfte keinen zusätzlichen Test mehr und Ungeimpfte können auch ohne Quarantäne nach Italien einreisen. Bis jetzt, also bis 31. Januar 2022, ist ja noch diese Regelung, das hat man eingeführt, um besser über die Feiertage, über die Weihnachtsfeiertage zu kommen. Eigentlich hat das geheißen, es wird nur bis 15. Januar. Seien diese Bestimmungen tatsächlich, wurde es jetzt bis 31. so ausgelegt. Das heißt aber, sie läuft definitiv aus. Ab 1. Februar kann man wieder mit 3G einreisen. Das heißt, der Geimpfte oder Genesene reist einfach ein, ohne irgendeine zusätzliche Testung und der Ungeimpfte, der braucht einfach so wie die Monate davor einfach ein negatives Testergebnis. Das kann sein, ein Antigen-Schnelltest, der ist allerdings ab Testabnahme nur mehr 24 Stunden gültig oder ein PCR-Test, der ist nach wie vor ab Testabnahme 72 Stunden gültig. Gültig sein muss er bei der Einreise. Das heißt, ab Einreisezeitpunkt, da müssen diese Zeiten, also 24 oder 72 Stunden, dürfen da noch nicht abgelaufen sein. Das ist einmal soweit zur Einreise. Was sich allerdings noch nicht geändert hat, das sind die Bestimmungen im Land. Das heißt, man kann als Ungeimpfter noch nicht in ein Hotel einchecken, da hier noch Zweigeregelung gilt. Diese wird voraussichtlich mit 31. März ablaufen und zwar dann, wenn dieser Ausnahmezustand in Italien ausläuft. Das Ganze wird tatsächlich auch kontrolliert, also das hat John Malkovich in Venedig feststellen müssen. Der war zu Dreharbeiten in der Lagunenstadt und wollte ins Hotel einchecken und sein grüner Pass ist abgelaufen. Er durfte nicht ins Hotel Daniele einchecken und musste sich dann eine Privatunterkunft suchen. Privatunterkunft, so wurde es dann kommuniziert. Das ist dann quasi das Stichwort, also es ist nicht ausgeschlossen, dass man dann quasi auch mit abgelaufenem grünen Zertifikat, also sehr, sehr viele Impfzertifikate laufen jetzt zum Beispiel aus, wo Leute sagen, einen dritten Stich hole ich mir sicher nicht. Diese gelten ja dann offiziell auch wieder als ungeimpft, obwohl sie vermutlich sogar genügend Antikörper haben. Das sei jetzt mal dahingestellt. Aber so sind einfach mal die Regelungen. Nach Sinnhaftigkeit hinterfragen glaube ich, das haben wir schon lange aufgehört. Aber wir richten uns einfach nach den Regelungen, ändern können wir es eh nicht, was halt die Politakteure da so verkünden. Und so ist es eben diesem Schauspieler gegangen, der ist privat untergekommen. Privat, was heißt das? Also es gibt ja sowas wie Airbnb. Da bin ich alleine in einer Ferienwohnung und wenn ich das mit dem Anbieter vereinbaren kann, dann wird das wohl möglich sein als Alternative, wenn man jetzt unbedingt noch vor Ende März in Italien nächtigen möchte. Garantie darauf kann ich allerdings nicht geben, dass das auch tatsächlich funktioniert. Bei John Malkovich hat das offensichtlich funktioniert. Er konnte die Dreharbeiten, also zwei Tage lang war er jetzt vor der letzten Woche in der Lagunenstadt und da hat das funktioniert. Das heißt, wobei wir natürlich wissen, dass vor dem Gesetz manche eben einfach gleicher sind. Aber ich denke, nachdem das auch so in der Presse kommuniziert wurde, wird das tatsächlich eine Möglichkeit sein. Wo es nicht funktioniert, Hotel und Campingplatz, diese sind tatsächlich aktuell noch mit der 2G-Regelung. Auch, das ist bitte wichtig zu beachten, die öffentlichen Verkehrsmittel, die sind auch aktuell nur mit 2G zu benutzen. Das heißt, wenn, dann müsst ihr mit dem eigenen Auto anreisen, denn öffentliche Verkehrsmittel dürfen momentan von ungeimpften Personen nicht benutzt werden. Das sind einmal die derzeitigen Regelungen. Absurd wie immer. Allerdings, es geht dem Ende zu. Mit Ende März wird dann wohl ein Großteil aufgehoben werden. Dann endet hoffentlich auch wirklich mal dieser gesundheitliche Notstand und wird nicht mehr verlängert, denn dann müssen diese Gesetze wieder den normalen parlamentarischen Prozess durchlaufen und das dauert erstens mal viel länger und da kann man nicht jede 14 Tage irgendwas wieder irgendwie ändern, weil sich das so und so nie und nimmer ausgehen würde mit der ganzen Gesetzwerdung. Das heißt, hoffen wir mal, dass es tatsächlich dabei bleibt, dass dieser Ausnahmezustand endet, dass Omikron seinen Job erledigt, was er soll und dass diese Variante tatsächlich für eine größtmögliche Immunität innerhalb von der Bevölkerung sorgt. Dann werden alle Maßnahmen aufgehoben und wir steuern auf einen halbwegs normalen Sommer 2022 zu. Es werden zwar ab und zu mal irgendwo Maskenpflicht im Inneren in öffentlichen Verkehrsmitteln wird es vielleicht noch geben, allerdings glaube ich, dass wieder alles halbwegs normal wird. Bleiben wir bitte alle positiv eingestellt beim Test, möglichst negativ, bleibt gesund, bis bald, arrivederci und ciao!